Heute ist Freitag der 13. Das macht mir nichts aus. Ich habe am 13. geheiratet. Am Freitag? Ja, am Freitag. Am 13. Keine Bange mit dem 13. Viele Leute haben das. Normalerweise schaue ich, dass ich mein Glück rausfahre, also ich gehe gegen mein Casino oder schaue, dass ich anderen Leuten helfen kann. Dann helfe es auch mehr. Spielen Sie auch Lotto am Freitag der 13? Das ist eine gute Idee, mache ich heute noch. Naja, ich habe heute Abend ein Date, also ich hoffe nicht, dass es ein unglückliches Tag ist. Glauben Sie am Freitag der 13? Nein. Aber zum Beispiel würde es schwarze Katze Unglück bringen. Jetzt habe ich mir selber eine gesucht, damit ich mir beweisen, dass es nicht so ist. Ich hätte mal eine schwarze Katze, ich hatte kein Unglück damit. Weil ich an diesem Tag bin, ist immer so happy. Immer am Freitag der 13. Immer am Freitag der 13. Ich glaube nicht an Unglück, ich glaube nur an das Gute und an das Glück. Bei dem Wetter. Da kann nichts passieren. Warum ist es der beste Tag? Wenn man so viele Angst haben, dann kann man sich darüber freuen, dass man keine Angst hat. Ein Freitag der 13. ist einfach schon ein besonderer Tag. Und denkt da, nicht übermütig werden, muss ich ja sagen. Was man nicht machen sollte am Freitag der 13. denken, es sei ein schlechter Tag, weil es Freitag der 13. ist. Das sollte man nicht tun. Ich weiß nicht, wie möglich. Das ist auch nicht dein Liefer der 13. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was von einer anderen Seite ist das hammer.